Ja, möglich. Nein, 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 lass das. Die Tür noch mal. Neues bauen wir vorerst mal nicht nach. Mit dem können wir dann grad noch rot schnell schnappen, oder? Ja, kennen wir. Das müsste gehen. Sehr schön. Das ist 800 Gold und 1000 Nahrung, stimmt's? Ja, ich glaub. Ah, und Gebäude. Und Gebäude. Okay. Also Leute. Dann mach das schnell. Ja, das ist ein Arbeiter. Ja. Ja. Den macht glaub ich nix, ne? Vielleicht können wir noch stehen lassen, das stört ja nicht. Ja. Ja. Ja, beladen's mal und greifen weiter an. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ihr müsst Handel betreiben. Da habt ihr euren Handel. Ha, ha. 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 Danke für meine Freude, da habt ihr den Handel. Ungefähr so. Genau, ungefähr. Rein. Ach so, jetzt fassen wir alle rein. Das ist manchmal ein großes Transportschiff. Ah, okay, noch gar nicht gut. Gut, so geht's natürlich auch. Und dann... Tempel, Orfzent. Tempel, schön. Bebauen wir das neu. Ja. So. Gut. Sehr gut. Zurück. Aber Braun hat immer noch ewig viel mehr Punkte wie wir. Wieso? Wofür werden die verteilt? Okay, die größte Armee hat er vielleicht. Ja, ist er auch. Nicht nur das, er hat auch mehr Gebäude aus, du. Und es ist technologisch weiter. Ah, ja, gut, stimmt, da ist ein Teil, aber trotzdem. Gut, ob es mehr Gebäude sind, weiß ich nicht. Ich habe wahrscheinlich hoch. Aber wir haben jetzt die meisten Punkte daraus, dass wir einiges zerstört haben, das weiß ich. Ja. Er hat ja jetzt nix groß angepöbelt. Nein. Okay. Zurück. Ja, guck mal was Rot so drauf hat. Ah, Gold. Ah, da ist er auch. Sehr schön. Einiges da. Oh, wow. Das ist richtig gut. Das ist echt gut. Hm. Okay. E-Bertorn. 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 G-O-R-Bus. Och. Och. Knüppelschläger, jäää. Ja, das sind viele. Ja, das stimmt doch. Ja, ja, so ist das so gut, das. Boahne Verbesserung. Ja. Ja, vielleicht ist es ein oder zwei oder so. Bis dann ist... Nachschuss da? Zweite Welle. Eben. Nix mehr Neues nachbauen, das bringt's nicht. Ähm, nein, noch nicht den Gold. Wow, okay, okay. Die Krippelsteiger. Okay. Wow, aber das Verhältnis gibt ja das mal, wie viele rote Leichen, wie viele blauen Leichen das. Also ja, sie haben Nein getötet, aber. Was Upgrades alles machen, ne? Ja. Ja, das war auch beim Dingsokos. Äh, beim... Äh... Bei der letzten Mission. Ja. Da hatten wir auch, ähm... Äh, der Gegner hatte irgendwie immer noch Axtkämpfer vor allem. Und ich kam mit nur schon einfacher Kavallerie und das haut hinweg. Das ist dann grad erledigt. Das ist krass. Hones, 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 Hones. Schöne Inde. Die übernehmen wir gern. Ja, viel Holz, gewissem Gold. Zipto. Also falls wir es brauchen, kannst du erwähnen. Ich habe da nämlich eine fiese hinterhältige Idee. Aber sonst hat er nichts viel. Also, ja. Okay, der hat sonst nichts. Er könnte da noch stehen. Ach, damit es aufgedeckt ist. Ja, der Vollständigkeit halber. Ja, dafür gibt es eigentlich auch noch Punkte für Aufdeckung der Karte. Ah, okay, da könnte er natürlich mehr haben. Ah, dafür gibt es auch Punkte, okay. Zwar, er hat ja unseren Teil nicht gehabt. Okay. Okay, er hat einen roteren Raum besiegt. Gut. Hey, drei Punkte, halber bleiben eben noch. Gut, nicht. Wegfindung hoch? Nein. Nein, definitiv nicht. So haben wir. Oh mein. Eine hinterhältige Idee. Ich will es jetzt mal ausprobieren. Ja, probier's. Upgrade, upgrade, upgrade. Können wir. Eisenzeit, Eisenzeit. Perfekt. Ja. Genau, rechtzeitig. Und du kannst gerade... Hast du jetzt nicht ein bisschen wenig Leute, die beim Gold sind? Das zwei. Wir können ja doch vielleicht schnell Gold schürfen verbessern. Gold aber plus drei? Ja gut, dann halt. Dann macht halt, wenn ihr Lust habt. Da, 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 da. Okay. Wo ist das Transportschirm? Ach so, Wegwindung hoch. Ja, Wegwindung hoch. Stimmt, nachher haben wir Triräme, die sollten ja nochmals weitergehen als Dwerf-Uso. Ja, und dann machen sie mehr Schaden an die Gebäude, oder? Sollten sie auch, oder? Sogar irgendwie Katapult-Triräme, oder? Ah, das ist lustig. Ah, du hast nichts zu tun. Fisch. Schwimmen. Los! So, und jetzt treffen wir plötzlich auf eine riesige Armada von Braun, die gerade unterwegs ist, nach Hause ist, und nein. Ups. Das haben wir aber nicht so bestellt. Stimmt, ja, aber da kann ja schon recht gut sein, dass sie uns noch schlägt, selbst mit einer... Nein, aber das ist ja noch nicht so entwickelt. Ja schon, aber er muss ja auf zwei verschiedenen Inseln landen. Ich weiß nicht, ob er das checkt. Stimmt, stimmt, jetzt können wir uns schön verstecken. Au, okay, nein, lass das. Auch nicht. Oh, Fiesling. Vielleicht von der anderen Seite? Fiesling. Hat er da was einfach aufgebaut. Muss ich jetzt mit den Truppen kommen, ne? Ja, okay, gut. Die sind... Für nix. Okay, also sind wir jetzt langsam dort. 75%. Bald. Fast. Fast. Guck mal. Schau dir, dass das Transportschiff nicht so hohe Sichtweifel hat. Guck mal. Oh, jetzt ist mir doch was dummes aufgefallen. Was? Wir haben keine Türme. Ja, und du bist tot. Ha! Ha! Wow! Gerechnet! Okay, auf der hinteren Seite landen. Können wir auch. Abwehrtour. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, stimmt. Abgeid, 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 Abgeid. Thomas. Für die Schiffe. Ah, nein. Ah, da sind schon... Oh, können sie keine Trireme bauen? Ach, die können das... Kann Babylon das nicht? Wart, mehr Produktivität für Goldmine. Äh... Haben wir dann mehr in einer Goldmine drin? Äh... Wow! Das wäre natürlich... Das wäre ja cool. Äh... Ja, das wäre... Warte mal. Mach mal. Ich will das sehen. Ach, Mensch. Ah, warte mal. Ich weiß, was wir... Ähm... Reichweite können wir ja trotzdem verbessern. Mit den... Holzproduktions-Updates. Ja. Trotzdem, das finde ich jetzt schade. Nun kann es sein, dass Babylon einfach schlechte Schiffen. Ja, das kann es so. Oder sie haben nicht erwartet, dass wir so weit uns entwickeln. Ha! Ha! Ja, das wird doch ein bisschen eine Belagerung. Mhm. Hm. Definitiv. Wird aber cool. Okay. Äh... Äh... Am besten vielleicht nicht draufgehen dabei. Wie viele haben seine Tür irgendwie drauf? 6 plus 1. Eben, das könnte man ja eventuell reißen. Schau mal. Schau jetzt mal bitte, ob er... Ob wirklich die Port... Ja. Gut, zählt man jetzt hier nicht, ne? So cool, ne? Doch. Ja. Meinte, normalerweise sind's... 250. Das wären aber nicht 25 Prozent. Hm. Nein, das stimmt. Ob es ist mehr, das ist ja cool. Okay, kein Blasen. Das ist aber schade, das... Jetzt hab ich mich schon so auf die Kriegsschiffe gefreut. Hm. Wir haben natürlich dann, äh, die epischen Türme jetzt. Ja, stimmt. Ach, wenn wir sie irgendwo reinpflanzen könnten, wär's ultimativ. Hm. Wart mal. Walmas. 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 Was machst du? Walmas. Turm vs. Turm? Ja, okay. Dann wär's langweilig. Natürlich wieder mal mit dem, der eigentlich das Gold abbaut, aber gut. Walmas, Walmas. Homie. Erreichen die sich... Nein. Die sind linken. Wie ist denn? Fries! Fries! Okay, doch! Der macht gar keine Humor! Ja, nein! Mist! Gut, in dem Fall... Hol mal die Jungs wieder! Gibt's da Upgrades für die... Für die Nahkämpfer? Die Krotigen? Ah, warte, jetzt solltet ihr aber das Teil wegführen. Was ist da nicht so? Wieso denn? Ihr habt mehr Reichweite! Guck, guck! Hm... Zählt Upgrades sein als Hügel? Das find ich nicht geil. Wir wissen... Wir wissen... Guck mal, es ist auf Wasser und es brennt. Ja... Ja... Das dachte ich eben... Ah, doch geht's! Das kommt dran, ja... Rogan? Hm, hm... Hol mal! Okay, hol mal Gold! Ja... Und gibt's neue Upgrades? Kannst ja eh mal zum Goldholen schicken... Den Typen da... Ja... Okay... Noch schnell speichern... Wir können eigentlich die... Die schwächeren Truppen jetzt noch schnell da landen... Weil da hat er nur die... Also... Weißt du, er hat sich da blöd eingemauert? Ja... Oder ausgemauert? Wir werden jetzt nicht nur noch... Er... 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 Er...